Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein schnelles Update-Video von euch, denn der Pre-Sale der RSI Polaris ist jetzt gestartet. Die Kovette ist ab jetzt im Verkauf. Aktuell nur für eine kleinere Gruppe von Bäckern, nämlich Concierge, Bäcker, Subscriber und alle, die zur CitizenCon selbst in Los Angeles hingehen. Übrigens, dass ich jetzt gerade keine Facecam habe, liegt einfach daran, dass ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin und euch den Anblick ersparen wollte. Aber die Infos wollte ich euch trotzdem weitergeben, denn es sind schon ein paar Bilder bekannt geworden jetzt. Es sind schon ein paar Infos, wo wir uns gefragt haben, wo wird die Polaris hingehen, wenn sie denn dann kommt. Ja, und inzwischen wissen wir es. RSI hat nachgelegt, denn es handelt sich hier tatsächlich um eine Korvette für den Kampfeinsatz. Das heißt, für Milizen insbesondere gedacht oder eben als Navy Patrol Ship. Das ganze Schiff ist 155 Meter lang, hat nach den ersten Auskünften hier sieben Crew Stationen. Das heißt, wir haben fünf Stationen auf der Brücke und einmal im Engine Room, also den Maschinisten und einmal im Torpedoraum. Ja, Torpedoraum, da sagt man auch schon was. Wir sehen also, es handelt sich nicht um einen Handelsfahrer, es handelt sich nicht um ein Mining-Schiff oder sonst etwas in dieser Art. Es handelt sich tatsächlich um die Antwort von RSI, Robert Space Industries, auf die Vendul-Bedrohung. Denn hier geht es darum, dass die Polaris insbesondere die neuen Milizen unterstützen soll. Da gibt es nämlich eine Initiative in der Lore, die nennt sich Military Mobilization Initiative und dort werden eben, ja, Milizen gefördert, tatsächlich, damit sie den Kampf aufnehmen und selbst für Sicherheit sorgen. Denn das UII-Militär ist ja ausgelastet mit den Vendul. Naja, und der kluge Schiffshersteller RSI hat da drauf reagiert und gesagt, dafür brauchen diese Milizen ein Flaggschiff. Und das soll die Polaris-Corvette werden. Das bedeutet, sie hat eine ordentliche Feuerkraft, aber nicht zu viele Mann, damit auch kleinere Gruppen sie betreiben können. Wir haben ja schon mal nachgerechnet, sieben Crew Stationen haben wir. Dazu aber eben auf jeden Fall einen Capital-Ship-Size-Torpedo-Launcher. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Torpedos dabei, die auch anderen Großkampfschiffen gefährlich werden können. Ansonsten natürlich auch gegen andere Multicrew-Schiffe gedacht sein können. Und wir haben dazu auch noch Abwehrtürme. Und wie viele es genau sind, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Man kann es im Pre-Sale jetzt nur an den ersten Bildern hier ableiten. Ich sehe auf meine, ja, so schnell auf die fünf bemannte Türme und einen automatisierten Turm. Kann aber auch sein, dass sich noch Türme auf der anderen Seite befinden. Dazu habe ich jetzt aktuell keine Information. Wenn ihr da mehr habt schon oder was anderes gelesen habt, irgendwo könnt ihr das gerne hier in dem Video da drunter posten. Ansonsten, dieser Pre-Sale jetzt ist tatsächlich, wie gesagt, nur für eine ausgewählte Gruppe von Leuten. Aber ab Sonntag, das heißt ganz bald, geht das Ganze dann auch online. Und da können dann alle zuschlagen, die das gerne möchten. Die Corvette wird bis zum 17.10. im Sale bleiben. Das heißt, bis 17. Oktober wird man sie hier als Concept Sale erwerben können. Denkt daran, Concept Sale bedeutet immer, das Schiff wird nicht ganz so, wie es jetzt aussieht noch auf den Bildern. Es ist noch sehr früh. Außerdem kann es eben tatsächlich sein, dass die Schiffe teurer werden, wenn der Concept Sale vorbei ist. Also es ist höchstwahrscheinlich, dass sie das werden. Und hier wird jetzt auch Lifetime Insurance mitgeliefert. Das Ganze aber auch wirklich für einen stolzen Preis. 750 Dollar lassen sie sich das im Concept Sale kosten. Jetzt, wer die Möglichkeit hat, als Subscriber, als Concierge oder eben tatsächlich als Attendee, also als Gast bei der CitizenCon zu sein. Aktuell kriegt ihr einen Rabatt, wenn ihr jetzt zuschlagt. Das heißt, wir haben jetzt nur Kosten im Großen und Ganzen von etwas über 500 Euro. 530 oder sowas sind es genau. Könnt ihr ja nach euch ausrechnen lassen. Ist immer noch ein stolzer Packen Geld, muss ich sagen. Ist das selbstverständlich. Es ist das kleinste Großkampfschiff, was wir bisher kennen. Und von der Größenklasse eben durchaus 100 Meter kleiner als, nicht knappe 100 Meter kleiner als eine Idris. Also schon ein ganzes Stück. Aber nichtsdestotrotz natürlich gerade für vielleicht kleinere Gruppen, die unabhängig operieren wollen, interessant. Denn, abgesehen von ihrem Torpedo-Launcher, von den Bewaffnungen, die sie hat, bietet sie auch Platz für einen einzelnen Jäger. Das bedeutet, ein einzelner Jäger kann dort an Bord gehen, hat einen Hangar, einen eigenen Hangar. Dort kann er repariert, aufgetankt und neu bemannt werden und kann dann die Korvette selbst unterstützen. Das heißt, wir haben immerhin einen Platz, ähnlich nehme ich an, wie bei der Carrack. Nur, dass hier dann kein Snapfighter reinpasst, sondern halt ein richtiger Jäger. Ja, das ist auf jeden Fall dazu zu sagen. Der Sinn der Korvette, wie gesagt, als Navy-Patrouillenschiff und ganz explizit eben für Milizen ausgebaut. Die RSI-Form erkennt man am Cockpit ganz gut, finde ich. Da kann man das irgendwie so ein bisschen von der Constellation up leiten. Ansonsten kann ich nur sagen, wir warten noch auf die Stats. Wir warten noch auf die ganz ausführliche Broschüre. All das wird dann morgen am Sonntag online kommen. Das hat uns Cloud Imperium Games versprochen, dass sie das ausführlich online stellen und dann zeigen. Das heißt, da werden wir deutlich mehr Informationen noch haben. Und dann gucken wir mal, dass wir für euch vielleicht ein Showcase draus machen, damit es ganz ausführlich ist. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal den ersten Eindruck von der Korvette. Ich persönlich muss sagen, meins ist sie jetzt nicht. Ich finde, sie sieht aus wie eine langgestreckte, dicke Ente im Sturzflug. Aber das müsst ihr entscheiden. Verzeihung. Ja, das müsst ihr wissen. Ich persönlich bin tatsächlich diesmal kein Fan davon. Das Design ist mir ein bisschen zu platt. Sie ist mir hinten irgendwie zu massig und vorne sieht es eben, wie gesagt, aus wie ein Enten- oder Gänsehals, der sich nach vorne streckt und dann in dem Schnabel des Cockpits endet. Meins persönlich ist es nicht. Aber das müsst ihr wissen. Und ich sage euch auch, der Zweck des Schiffes wird ganz toll werden. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das Schiff wird eine ganz tolle Funktion erfüllen für die Leute, die sich in einer kleinen Crew, vielleicht mit 10, 15, 20 Mann zusammentun und dann eben sieben Leute auf der Korvette, der Rest drumherum, im Jäger, im Unterstützungsschiff, wie auch immer. Man kann da mit Sicherheit schöne kleine Truppen aufbauen. Oder eben natürlich, wenn man sowieso eine größere Organisation ist, kann man hier zum Beispiel die Polaris wunderbar zum Leitschiff der einer Eskorte machen. Eine große Konvoi könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel von Hulls oder von Kareks. Vielleicht die nicht unbedingt wegen der Reichweite. Aber Starfarer ginge ein großer Konvoi und der eben angeführt von einer Polaris oder Ähnlichem. Das, denke ich, kann schon sehr, sehr viel Sinn machen und dafür wird der Zweck sehr, sehr gut. Außerdem wird sie wohl landen können, das kann man auch schon sagen, denn dafür gibt es erstens schon ein Bild und zweitens sollte ja die Idris bisher das größte Schiff sein, was landen kann, dementsprechend die kleinere Polaris wird das auch können. Ja, alles Weitere werden wir dann im Laufe der Zeit erfahren. Ich hoffe, das war jetzt erstmal informativ für euch. Denkt daran, wenn ihr Subscriber seid oder Concierge oder sowieso das Glück habt, jetzt in LA zu sein für die CitizenCon, dann geht euch das angucken. Ihr habt eine Mail dazu bekommen, denn jetzt in diesem Pre-Sale ist es so, dass ihr eine ganz eigene Registriernummer für dieses Schiff kriegt. Das heißt, eine limitierte Nummer, je nachdem, welches gerade im Verkauf steht, also welche Nummer gerade da ist. Das heißt, aussuchen könnt ihr sie euch nicht, aber ihr kriegt sie zugewiesen und sie ist was ganz Besonderes. und außerdem werdet ihr die 28-seitige Broschüre dieser Polaris nach Hause geschickt bekommen, wenn ihr sie kauft. Und das ist jetzt der kleine Perk neben dem Preisnachlass von diesem Pre-Sale. Ansonsten geht es für alle ab morgen los und da bin ich ganz, ganz gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr die Polaris findet. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören. Ich habe noch eins vergessen. Wie gesagt, Corvette soll es sein und eine Crew insgesamt vor zwischen 13 und 24 Personen in der Möglichkeit haben. Ja, das habe ich noch vergessen. Aber ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, bis dahin würde ich sagen, ich verabschiede mich mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out.